hier auf dem eichsfeld kanal liebe eichsfelder und eichsfelderinnen wir haben in diversen situationen schon mal angesprochen hier unseren eichsfeld kanal die app die für android geräte verfügbar ist die iphone user die müssen sich dahin gehen noch ein wenig gedulden aber mal hier zurück zu unserer app wir haben hier also einmal die app die heruntergeladen wurde so öffnet sich diese und da haben wir hier einmal die facebook artikel alle schön der reihe nach und hier findet man auch wieder was man an artikeln halt so schon mal gepostet hat schieben wir das ganze nach rechts hier rüber haben hier oben einmal den eichsfeld kanal und hier unsere facebook artikel auf der und wir seite wir gerade hier vorne sind hier vorne haben wir das projekt eichsfeld kanal jepcom networks unter das feld das alles hier da ist dann unsere homepage wo ihr etwas mehr an informationen lesen könnt die ganze sache lässt sich eventuell auch falls das für den falls ihr mit tablet unterwegs seid ein bisschen vergrößern geht ihr einfach dementsprechend hier vorne auf die desktop version und schon habt ihr dann diese variante von unserer homepage jetzt wollen wir das ganze noch mal wieder zurück machen auf die mobile version des weiteren haben wir hier youtube videos allerdings wird der ein oder andere festgestellt haben dass seit geraumer zeit hier vorne dieses hier auftaucht und auch wenn wir hier das runterziehen um da eine aktualisierung vorzunehmen wird sich hier nichts ändern in der vergangenheit hatten wir das so dass wir hier hier die videos gelistet haben wir zeigen dass hier einmal anhand unseres kanals zion park video der einigen auch bekannt ist von den berichten die wir machen über mobile sprich smartphones und tablets und dergleichen auch hier haben wir hier unsere facebook artikel und unsere youtube liste allerdings hier funktionieren die video auflistungen nach wie vor und wir können dann dementsprechend die videos hier abrufen warum das bei der applikation beziehungsweise bei der app wie es in kurzform heißt nicht dazu kommt dass gerade diese videos aufgelistet werden können können wir im moment noch nicht genau sagen unser letztes video auf dem eichsfeld kanal war vor dem 26 april jetzt hat es bei google beziehungsweise bei youtube einige änderungen vergeben gegeben in sachen api das heißt der normale feed funktioniert nicht mehr so wie es ursprünglich der fall war die tatsache allerdings dass bei unserem kanal zion park video es doch funktioniert zeigt dass wir entweder ein video hinterher setzen beziehungsweise wir möglicherweise noch nicht die nötige anzahl an abonnenten haben denn wenn wir einmal schauen wir haben hier einmal den youtube kanal psion park video der ist tatsächlich erreichbar unter www youtube.com schräger psion park video der eichsfeld kanal hier unten in schwarz dargestellt ist erreichbar unter www youtube.com schräger und dann kommt eine zahlenkolonne die sich im prinzip kein mensch merken kann erst ab einer zahl von richtig 500 abonnenten haben wir dann die möglichkeit auch diesen diesen pfad also diese angabe auf www youtube.com schräger eichsfeld kanal umzuändern ist ein bisschen blöde gelöst aber diese tatsache liegt uns nunmal hier jetzt zugrunde für die facebook artikel beziehungsweise für diejenigen die facebook sonst nutzen die erreichen uns dann hier quasi über diese facebook seite oder für diejenigen denen es noch nicht zu ohren gekommen ist oder das vielleicht noch nicht ganz gesehen haben wir haben hier auch den eichsfeld kanal quasi als youtube jetzt haben wir hier wie gesagt diese seite nur über eine zahlenkolonne erreichbar und im gegensatz dazu psion park video halt über eine komplette uhr von da aus sind wir gerade immer noch auf der suche wo jetzt der fehler genau liegt und werden dem abhilfe schaffen sodass demnächst wieder die youtube videos vom eichsfeld kanal dementsprechend auch hier wieder gelistet sind wo bis jetzt einfach nur youtube device support zu erkennen ist ja wie gesagt wir sind da dementsprechend auf der fehlersuche werden die ganze sache beheben der ein oder andere der das video jetzt geguckt hat wird in diesem moment gebeten vielleicht einfach mal ein like und am besten noch ein kleines abo da zu lassen es kostet nichts es kostet kein geld ein klick weit entfernt für all diejenigen die hier ein mobile haben dürfte das eigentlich kein problem sein beziehungsweise für all diejenigen die ein google sprich android handy haben einmal auf youtube gehen eichsfeld kanal suchen einmal abonnieren wäre eine feine sache ist natürlich kein muss ihr könnt natürlich auch die videos sehen ohne abo wäre aber schön wenn ihr da doch ein klein bisschen mithelft das soll es bis hier hin erstmal gewesen sein und wir sehen uns in einem der nächsten videos oder posts auf facebook und bis dahin bleibt mir gewogen euer john vom eichsfeld kanal tschüss